Ich, 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 Kohlhaas, bin gekommen an allen, die in dieser Streitsache des Junkers Partei ergreifen, mit Feuer und Schwer, die Arglist, in welcher die ganze Welt versunken ist zu bestrafen. Profitieren wir von der Windstille, treten wir in die Geschichte ein, kämpfen wir. Mangels anderer Waffen wird die Geduld des Messers genügen. Wir gehen auf den Sitz unserer provisorischen Weltregierung, dem Erzschlosse zu lützen. Untertitelung des ZDF, 2020